schön dass sie mit dabei sind liebe zuschauer herzlich willkommen das wetter das kann ich ihnen sagen ist hier weder fisch noch fleisch vorhergesagt sind zudem auch noch starke regenfälle und sollten diese regenfälle auch tatsächlich kommen dann müssen wir abwarten wie der platz diese dann verkraftet denn der ball der muss ja rollen der darf ja nicht irgendwie liegen bleiben in pfützen ansonsten wären es irreguläre bedingungen aber wir sind nur im konjunktiv wir sind bisher nur am spekulieren noch regnet ja nicht und hoffentlich bleibt es auch so das sieht schon einfach grandios aus hier eines der beeindruckendsten stadien in diesem teil der welt es gibt sicher viele große namen in beiden teams wenn du dir aber einen aussuchen müsstest an sie wer wäre das also wenn die hintermannschaft heute marco reuss nicht in den griff bekommen sollte dann wird er der spieler dieses spielt sein seine veranlagung im tempo dribbling ist einfach überragend ja auf den hätte ich auch gesetzt und ich bin mir sicher die fans sehen es ähnlich damit sind wir im spiel ein alleingang spielt ihn gut raus hat unglaublich viel zeit und platz ab in richtung da ist das ding jetzt also beginnt dieses spiel endgültig wie blank der da steht also der konnte sich an der ecke aussuchen ich kann mir vorstellen der trainer wird wahnsinnig da arbeitest du die ganze woche natürlich auch an deiner defensive und dann steht der gegenspieler so frei vor dem kasten augsburg geht mit diesem treffer in führung das kostet kraft er bringt das ding das sieht vielversprechend aus und der pass nach hinten schlichtweg nicht platziert genug okay der ball ist nicht drin aber ich bin mir ziemlich sicher wenn sie das eine oder andere mal so zum abschluss kommen dürfen dann machen sie ihn irgendwann rein das ist fast eine eins zu eins kopie von vorhin sie machen wirklich vieles richtig aber eben nicht alles denn das was hier überhaupt nicht passt das ist der finale moment des abschlusses der kommt weit nach vorn und der konter läuft jetzt er sitzt jetzt kommt der nötige ausgleich sie haben den ball erobert sie haben blitzschnell umgeschaltet genau so musst du einen konter spielen sie haben sie haben Alle wieder bitte in die Startblöcke. Die Koordinaten in dieser Partie sind neu gestellt. Es steht unentschieden und die große Frage jetzt, wer von den beiden will den Sieg? Wer von den beiden ist mit dem Unentschieden zufrieden? Der Verteidiger steht ihm auf den Füßen und er setzt sich trotzdem durch. Nach vorne war nichts zu machen, es gab keine echte Anspielstation. Findet er ihn? Jetzt muss er flanken. Ja, das gibt Freistoß. Da war zu viel Kraft in diesem Ball. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Monnier. Reus spielt den Ball nach rechts. Kommt der an? Er könnte zum Tor ziehen. Achtung, ein Ball kommt. Achtung, super Einsatz! Und durch die Mitte. André Hahn! Das ist ein Torwart, das ist ein Torwart! Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Stark angesetzt zum Kopfball. Da hat nicht wirklich viel gefehlt. Ja, da wäre mehr drin gewesen, aber es hat nicht sollen sein. Und macht er den? Und sie holen ihn sich prompt zurück. Hier ist Reus. Ah, da ist die schon ein wunderbares Tor! Also das Ding, das gucke ich mir in den nächsten Tagen noch einige Male an. Das hat er herrlich gemacht. Die Ballkontrolle, stark! Wie er sich den Ball vorlegt. Klasse! Und dann dieser Abschluss. Goal! Nochmal da, Herr Mann! Jetzt sind sie vorne. Das war die letzte Aktion der ersten Hälfte. Was für eine irre Aufholjagd. Also ich habe das nicht kommen sehen und die Fans wohl auch nicht. Die gucken sich immer noch mit großen Augen an. Hälfte 2 ist eröffnet. An den Aufstellungen hat sich weder Hüben noch drüben etwas verändert. Hahn! Da gab es einen Pfiff und, ja, richtig, Freistoß. Gute Chance hier zu flanken. Daniel Caligiuri! Reus. Das ist Sancho. Reus. Das war zu erwarten. Gute Arbeit der gegnerischen Verteidigung. Augsburg. Bekommt den Freistoß. Das ist interessant. Die stehen weit weg vom Gegenspieler und ich glaube, sie tun das mit Absicht. Das sieht irgendwie körperlos aus. Warum nur? Also direkt am Gegenspieler bedeutet, du willst die Balleroberung, stehst du weiter weg, dann willst du das Spiel kontrollieren und die Passwege zustellen. Ich habe den Eindruck, das ist relativ clever. Das ist Sancho. Da ist die Möglichkeit. Sehr guter Versuch. Erfolgreich? Nö. Schöner Angriff. Der Pass kommt genau im richtigen Moment. Er steht nicht im Abseits. Hätte das Tor machen können. Aber er scheitert im entscheidenden Moment. Weg damit! Caligiuri. Beide Mannschaften schenken den Ball zu schnell wieder her. Sehr guter Ball vor das Tor. Er hat aber weiß der Auge. Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Jetzt müssen sie die richtige Balance finden zwischen Offensive und Defensive. Das ist völlig richtig. Und das Stütz. Schon läuft der Gegenangriff. Mats Hummels ist zur Stelle und entschärft die Situation. Reus. Er trifft ihn. Klasse Parade. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Beide Teams wechseln. Sie können hier alles klar machen und jetzt müssen sie weiter zittern. Tolles Gegenpressing. Caligiuri. Weg damit. Hahn. Lange haben sie sich den Ball hin und her geschoben. Passiert ist rein gar nichts. Da ist die Reus. Super gehalten. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Und über die Seite. Caligiuri. Flanke wäre eine Option. Ja, er hat ihn erwischt und dementsprechend gibt's Freistoß. Nur noch ein paar Sekunden. dann ist das ziel erreicht rafael guerrero ein lupfer ja warum denn nicht der referee pfeift ab und damit ist das spiel beendet dieses spiel war ein echter krimi mit einer einzigartigen aufholjagd hat man das spiel noch umgebogen hansi las deinen gedanken